Saus Leute, heute habe ich euch ein paar Szenen von meinem zweiten Account rausgesucht, so Level 10 bis 14 glaube ich, in denen ich auf Customs unterwegs war, ist man ja gezwungenermaßen viel weg am Leveln und ja, in den Doms insbesondere ging es dann zur Sache, waren echt schöne Szenen, ich mit wenig Gier gegen Leute mit viel Gier und ja, die wollte ich euch wie immer nicht vorenthalten und am Ende gab es noch eine etwas, ja, traurig lustige Szene, sag ich mal, aber ich will ja nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens leider täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash outside, da würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut, vielleicht ein Follow-Dallas, Link unten in der Description oder im ersten Komment, hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video helfen immer sehr, jetzt viel Spaß mit den Szenen. Ich habe nichts zum Werfen. Er hat gar die Tür zugemacht. Boah. Ich hasse er so. Ich hätte ihn gerade so schön haben können, ich komme da nicht rein, ey. Ich habe ihn da nicht. Oh. Einmal. Ah. 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 Oh, come on. Ciao! So, wie läuft der Push? So, ihr Lappen. Oh, wir hätten vielleicht Reload-Armor mitnehmen sollen. Na ja, geht auch ohne. Machen wir uns nichts vor. Wir haben jetzt hier ein paar neue. 100 pro Report. Die tauchen hier gleich auf dem Stream auf. Aufpassen. Da ist ein Spieler hier. Ich glaube, er ist nicht glücklich. So, weg mit dir. All right. Full! Wieso hängt hier keine Taschenlampe dran? Haben sie gemeint, heute springen wir mal aus den Fenstern. Machen richtig die Moves. Kranker Scheiß. Der kotzt sowas von dem Strahl, ey. Geil. Okay, ich muss Skepstar, wie nicht mit der hier machen. Hey, Bro-Loki. Okay. Zweiter Account. Bisschen Low-Level. Naja, ich heiße auf dem, auf dem Account heiße ich ja Outsider, ne? Das heißt, das erste, was der macht, ist nach dem Twitch-Stream suchen. Könnte ich mir vorstellen. Level 58. 50. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah! Toll! Oh Mann. Oh Mann. Ich denke mal, die Vector werde ich eh nicht spielen. So, die zwei kommen weg. Warte mal einen Moment. Passt so. Ich kann auch schon mal den PS am umlegen, ne? Passt schon, denke ich auch. M995. Okay. Einer will mich pushen. Okay. 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 So, okay. Streamer-Server, Scarface Musst du streamen anfangen Der APS ist natürlich Was ist los mit euch? Keine Kurung hat er gehabt Haben sie gedacht, sie machen den ultimativen Plan Ich push ihn von außen Aber dann haben sie sich nicht getraut zu pushen Und sind trotzdem stehen geblieben Dann hat der eine die Nate gezogen Und mir die Initiative gegeben Wie kosten solche Gegner hier? Die sind teuer Ich sollte eigentlich ein Donogold dafür machen Ab morgen gibt es ein Donogold Das ist eine gute Idee Ähm, so Deine Waffe geht jam? RIP-Armor Hat er mich getrafen? Aber er war auf jeden Fall nicht gejammt Ah, einen 9mm Vektor Können wir tatsächlich mal spielen Ich glaube, da kriege ich auch die Max her Ähm Moment Ich habe den Helm nicht dabei Und will ich schon mitnehmen Oh, die ASY wäre natürlich auch ein bisschen was wert Aber man kann nicht alles haben, ne? Ey, die kriege ich nicht mit Ähm Schauen wir noch kurz nach Kies Ja Ja, ich glaube, der hat einfach daneben geschossen Naja Ich meine, er hat Arg viel hat er nicht geschossen 3, 2, 8 Oh, den brauchen wir Scheid Weg 3, 0, 3 Ja, let's go Ähm Scheiß doch mal was so Zack Zack Dann können wir den Nimm ich jetzt hier die Quest machen Perfekt Wir haben auch den richtigen Exit Äh, da liegt's Boah, jetzt kriegt man hier nicht dauernden Anfall Oh, jetzt kriegt man hier nicht dauernden Anfall Was? Ey Waaah! Waaah! Waaah!